Und hiermit begrüße ich euch ganz herzlich bei Blacktree Gaming. Heute wieder Medi-Evil Dynasty in unserem Koop-Modus-Projekt. Koop-Projekt. Natürlich mit dem Achim und dem Tuna. Achso, hallo. Es tut mir leid, ich war gerade. Ich bin hier gerade am See vor Ort. Ich habe die Fischerhütte gebaut in der letzten Folge und sein Wohnhaus. Achim muss ich glaube ich jetzt noch zuweisen, oder? Ja, muss ich umziehen lassen. Ja, mache ich aber gleich. Ich bin gerade noch am Weidekorb schnitzen. Nicht am irgendwie flechten, sondern am schnitzen tatsächlich. Ich mache hier so lange mal die Planung für das Gelände. Mords groß muss es ja nicht sein. Soll ich mal in die Mühne gehen oder so? Ja. Ja. Ein großer Spitzakos. Komplett alles ausräumen. Material haben wir doch im Lager. Äh, Fischerhütte. Da müssen wir hin. Fischbär, 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 Fischbär. Was haben wir denn da für Angelplätze vor Ort beim Fischer? Weiß ich jetzt gerade nicht. Das sind zweimal der Dicke. Ist es Rotauge oder Barsch? Ne, das müsste Rotauge sein. Also, ich weiß nicht Phil, du kennst dich mit dem Angeln aus. Ist Rotauge ein leckerer Fisch? Äh. Äh. Dann sind wir eigentlich an der falschen Stelle. Wir haben dreimal Rotauge, sonst nix. Barsch wäre ein bisschen Fluss. Äh, aufwärts noch was. Ja gut, das ist unseren Spielern scheißegal. Fluss abwärts meine ich. Ist dünne. Echt? Ich hab mal ne Frage. Oh Gott. Haben wir keine, äh, äh, witzhacke oder so? Auch eigentlich schon. Oder? Äh. Weiß ich grad nicht. Wenn, muss ich halt gucken, ob einer im Lager ist, wenn grad keine im Lager ist. Ja, im Lager ist kein. Ja, also. Dann haben wir keine. Alter, was macht die denn hier? Du, ich komm gleich, ich lauf gleich den riesen Weg zurück. Schnapp mich dir und verdresch dich bis zum Affigen. Wieso? Ich hab gar nix gemacht. Ja, doch. Oh, ich bin jetzt faul. Oh, die hat die ganzen Zweige von den Bäumchen hier außen rum. Ja, scheißegal. So, und jetzt lassen wir die zwei... ...Madelina... Äh, hast du die Fischer heute schon benannt? Nein. Weil ich seh jetzt natürlich nicht, wie das heisst. Ach so. Ah, okay. Ich hab da heute mal noch einen Namen am besten. Erst mal gucken, ob ich das schaffe hier. Ähm. Ähm. Auch 10? Warum hast du deinen Esel nicht mitgenommen, Junior? Das ist ne gute Frage. Ach ja, so. Ach, der Fischer heute stimmt ja jetzt nicht. So ist, äh... Fischerhaus, ne? Fischerhütte stimmt ja jetzt nicht. So ist, äh... Fischerhaus, ne? Ich seh jetzt aber kein Haus mit dem Name Fischerhaus. Ich hab's aber reingemacht. Der war grad gerade eben ganz unten, das letzte Haus, glaub ich. Weil der ändert dann die Sortierung. Brauchen wir Steine? Leeres Haus, 100%. Ja. Satz bei mir den Namen und einen getragen. Genau. Synchro sein. Ja, Steine kannst du einfach mal ins Materiallager bringen. Das gefällt mir, dass es da so offen rumliegt. Kannst du jetzt mal einfach hin und her reiten, alles rausschicken. Okay. Ich bin echt gespannt, weil es mal so einen Banditenangriff gibt. Fangen wir das überhaupt an? Okay. Äh... Fangen wir das überhaupt? Da muss man hier... Wirklich schön, ja, ähh. Ja, kann ich gar nicht ausschalten. Aber ich kann die Lebenspunkte für gesitztlosen hochsetzen. Soll ich sie auf 1000% erfüllen? Ja, klar. Solange wir noch keine Waffen haben, sowieso. Gut. Belli, mit deinem Feuerstück machst du dich doch auch so platt, aber? Ich weile sie platt, ich laufe über sie drüber. Bald können wir einen Pferdestall bauen. An die Leute auf Twitch und YouTube Livestream, vielleicht schaffen wir das heute noch. An die in der Aufnahme, vielleicht schaffen wir das in der nächsten Aufnahme noch. Ne, in der nächsten Aufnahme nicht, aber... Oh, übermorgen. Ende Januar dann, bei unserer Anzahl. So. Wo ist noch der Wurm? Fischbeere haben wir ja im Lager, oder? Jo. Gut. Ah, da kann ich noch mal meinen. Sei willkommen, steuert da. Reichen, diese Stahl. Sehen solid aus, hier ist deine Bezahlung. So, abliefern an der Warnpläser. Ich bin schon wieder da, hier, Korb, zack. Und? Jawohl, nochmal. Das ist der dritte Kwestein, der Mann hat auch geklatscht. Jo. Jeder treibt. Scheisse, das rote Beete reicht nicht ganz. Ich habe noch 25 rote Beete hier. Rote Beete? Rote Beete. Rote, rote Beete. Rote, rote, beete, dode. Rote, dode. Oh, man. So, jetzt gucken wir mal kurz in die Verwaltung rein, was wir dann hier ver... Die Alina, die hat keinen Job. Die ist ein Jahr schon bei uns im Dorf und hat immer noch keinen Job angenommen. Da ist der Henrik auch. So, da haben wir noch ein Kind. Ah, die hat... Huch. Warum hast du keinen Job? Ubi Slavi. Tierzüchter, nee. Landwirt, nee. Tierzüchter, nee. Jäger, nein. Scheune. Ja gut, dann... ...schmeiß ich die mal in die Scheune rein. Das ist ein große Beete, komm, das ist ein Mäser. Oh mein Gott. Ich bläde. Ich bläde mich zum Mäsen, oder was? Anschlagkafel ist leer, what the fuck? Passiert? Hä, keine Pfeile? Echt jetzt? Doch, doch. Steine Pfeile. Ah, ha. Nee. Ach komm. Ich bin zu faul, da jetzt wieder rüber zu reiten. Jawohl, ich habe gerade eine Hirschkuh erlegt. Bin kurz vorm Verhungern. Da habe ich zum Feuer. Oh, das wäre ganz knapp. Wahrscheinlich verrecke ich jetzt beim Grillen. Schnell, schnell, Rutzel. Eventar, Essen. Schnell, Essen. So, auf geht's heim. Rote Beete Samen abliefern, ach ich muss jetzt nochmal gucken, wie viel so ein Pferd kostet. Die Pferde sind ja unterschiedlich farbig. Wäre geil, wenn das irgendwie, weißt du, wie viel, gibt es da so ein Vererbungsding? Boah, keine Ahnung. Das, wenn wir uns nur schwarze Pferde kaufen, das ist halt nur, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Na, der hat schon wieder Hunger. Erst im Winter habe ich dir ein Rührei gegeben. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ah ne, wir haben keinen Sommer, ne? So, jetzt haben wir gleich eine neue Anbindung an das Straßennetz. Mach aber eine schöne Auffahrt hier. Mach aber direkt auch für Straßenbahn. Direkt nach der Brücke hier geht's rechts ab und dann kommt man zum Fischerfuzzi. Mitten im Lagerfeuer vorne dran. Ja, sehr schön. Oh, mit Doppelkrabber sogar. Du könntest mal unsere Hirschherde hier einzäunen. Hau wir nicht ein, zwei, die hauen nicht ab. Wir haben Junior schon. Ich habe gerade eben schon eine gekillt, das geht ratzfatz. Ja. Wenn wir jetzt noch Bronze Pfeil haben, dann können wir die eh wegschammern ohne nix. Ja, dann musst du sie halt treffen. Ja, ich treffe sie. Ja, ich habe da manchmal so ein bisschen Problem. So. Gehen wir mal, wo habe ich sitzt? Ah, ich bin der Esel. Esel. Nicht aufsitzen. Sitzen. Ah. Eingezäunt sind sie auch. Duppi Duppi. Äh, Rote Bedesamen. So. Jetzt haben wir hier wieder Probleme. Gewinnung. Heute heute. Produktion nicht eingestellt. Ja, weil ich gar nicht will, dass du produzierst. Es ist heute kein Material. Okay, das ist klar. Das ist okay. Hühnerstahl. Keine Arbeit, kein Tierdurchdruck. Du hast Tiere. Schweinestahl selbe. Schweinestahl selbe. Bücher. Äh, keine Eier. Kümmer mich gleich drum. Entschuldigung, dass ich dich. Oh, ich gerade voller. Aber Leinengarn haben wir gerade nichts. Schmiede. Was braucht ihr denn das? Schmiede. Bronzebarn. Ich habe jetzt auch ein bisschen Produktion eingestellt. Das ist einfach automatisiert läuft. So, jetzt gehe ich einmal schnell was essen und dann die Stelle mischen. Das muss ja auch noch gemacht werden. Ne? Ne neun. Äh, Inventar. Öh! Und,绞. Äh, eh. Fearne, going wherever. Jetzt können wir noch Brennhauts machen. Ne, warte mal. Ach, noch eine Hautstamm. Wollen wir da nur vier? Nee, sechs, das war klar. Meine Fresse. Das ist das, was Grief kann bringen. Wir wollen nicht mit unseren Professoren beurteilen, selbst wenn sie viel zu schwer sind, um sie zu verbreiten. Hier rein. Hier kann man eine Regel aufstellen. Wenn einer über den Rockplatz läuft und sieht, dass das Lagerfeuer aus ist, lass uns das wieder anzünden. Bö. Da. Also der Fischer hat jetzt ihr eigenes Feuer und zwei Bänke. Guck mal. Sehr schön. Richtig nice. Also gut, der ist jetzt fertig, der arbeitet, oder? Ist er arbeitend? Das kann nicht sein, der arbeitet nie. Ja, das stimmt aber. Wenn du schon nicht mehr leist. Zum Glück. So, dann gehen wir mal Lachs drischen. Lachs oder Flachs? Flachs, du Lachs. Was? Achso. Was hast du jetzt gerade für Probleme da hinten wieder? Äh. Kein Dünger jetzt, oder wie? Mondsam. Ah, haben wir keine Mondsamen. Wir müssen mal Mondsamen kaufen gehen, du Penner. Ja. Da reitet einer durch Nacht, oder wie? Wie ist der Achim mit seinem Eselkind? Mit seinem Dünn. Mit seinem Flaxi-Haxi. So, jetzt wäre es 188 Sekunden. Nur Flachs gedrescht. Was macht eigentlich der Schneider? Äh, Säckchen und Leinengarten. Ah, ja. Okay, super. Gut. Aber aktuell hat er leider keine Flachshalme, deshalb kann er keinen Leinengarten machen. Aber ich bin dran. Ah, okay. Ich halte nicht viel vom Aberglauben, aber ich glaube daran. Hm. Echt andauernd. Ich würde gerne ein Schema kaufen. Jupp. Felsstiefel. Ach, Film. Mach einfach. Wir haben so viel Asche. Ich liebe den Duft von Dünger im Morgen. Wo haben wir, ähm, Geld jetzt? Noch bei dir, Achim? Oder? Ich kann es machen. Ich habe nämlich noch Geld zum Verkaufen da. Ah, okay. Äh. 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 Was war es? Pelzstiefel. Pelzstiefel. Es ist wo? Näherei zwei Pelzstiefel. Näherei. Ich habe es gekauft. Boah, dann geht's. Äh. Rein theoretisch können wir das auch produzieren lassen. Jo. Soll ich es kurz machen? Ich mach, bin schon. Machst du. Äh. Äh. Pelzstiefel. Ah ja. Pils und Leder. Super. Haben wir richtig. Eben. So. Wir brauchen hier. 51 am Tag. Scheiße. Die waren dann. Wir machen aber 61. Was hast du denn für Probleme? Junio? Ah, du bist hier, gell? Du bist gerade mit durchgerannt. Wer ist bin ich? Achso. Was ist? Eingeschlafen. Ich? Nee. Das ist wo ich bin. Er ist eingeschlafen. Ich hätte gehört, dass ich ihn angesprochen habe. Ja. Ja. Ich hab gedacht, du willst mit der Person reden, die an dir vorbei gelaufen ist. Nein. Ich werde nicht Junio sagt. Dann mach ich schon Junio. Du bist hier aber unterwegs, gell? Du bist in der Mine. Ja, jetzt bin ich hier. Wir sind Leute gebraucht. Ich warte als zweites hier. Ahaha. Du brauchst die Spitzhacke machen, he? Ah. Hör auf. Ist schon eher wieder Erz da? Erz habe ich schon wieder hingemacht, ja. Aber ich bin gerade wieder da. Oh, da war ich dringend. Ah, ja. Mach deinen Arbeitsplatz frei. Und so, okay. Ey, aber ich hab Wochen schon wieder 14. Vor Erz und sowas alles geliefert, aber das hat er jetzt wieder. Ja, mach's in die Kiste. Ich mach's gerade. Oh, das hat er wieder verarbeitet. Nee, ich hab's gerade. Ich mach es gerade. Oh. Oh. Bohren auf. Wir könnten so ne Autobahn bauen mit Piastrovia. Weiß du? Weiß du? Weiß Spurig. Weiß Spurig. Weiß Spurig. Ah. Schon geil geworden, Phil. Muss ich sagen. Ah, mit dem kleinen Lagerfeuer da noch echt schön. Ja. Gut gemacht, Phil. ich bin natürlich später wenn man noch viel gut zeugs haben also da können wir richtig eskalieren wenn du bock hast können da auch schon ein paar sachen kaufen wir wirklich einerlei geldprobleme sagen wir 2000 münzen reinstecken ist das tut es uns nicht weh wenn du lust hast hau raus jetzt ist dann sommer oder halt jetzt direkt aber demnächst und dann gibt es Weizen riesige menge an Weizen was ich alles vertickern kann ich hab noch eine ding haben wir in den holzputz ist schon immer zwei drin oder noch einer volle ist schon voll ok Markus ist das alles gut dass ich weiß wo ich wohne den such ich irgendwie nur abends war das die falsche richtung ne doch nicht neues level produktion genau da wollte ich hin mache ich jetzt baubesessenheit zehn prozent anderes bauen oder geübter baumeister fünf prozent geringer ausdauer verbraucht beim bauen oder fühle ich jetzt noch der handwerker experte aus auf 25 prozent schneller in der schmiedung in der werkstatt ich glaube ich mach doch das mal komm dann hab ich da voll und wenn das nächste schuss wird baubesessenheit und geübt der baubereich da brauche ich halt jetzt noch 90 landwirtschaftspunkte und dann kriegen wir Pferde geil das haben wir jetzt schon gleich mal ist das viel? ich weiß es nicht ich glaube wenn ich ernte wenn ich selber landwirtschaft mache dann kriegt mir ein bisschen mehr als wenn sie NPCs machen deshalb jetzt spätestens im sommer wenn ich Weizenpelle mähtrescher mäßig abmähe wird es dann klappen und dann haben wir sowieso durch den Weizen genug Kohle um die Pferde zu kaufen dann muss der BP halt fertig sein bereit zum attackieren ich hab jetzt aktuell auch vier Leute in der Scheune einfach weil ich sonst nicht nachkomme mit dem Zeugs ich hab jetzt aktuell auch vier Leute in der Scheune einfach weil ich sonst nicht nachkomme mit dem Zeugs ihr Leute ist krass vier von vier sogar so hier bei der Angestelle ich glaube ich ziehe hier hin es ist echt schon ein lauschiges Örtel da unten denn Pia Stovia nicht so nah wäre einfach schöner ich hoffe halt nur nicht dass die irgendwie einen Überfall oder so Probleme dann haben weißt du? naja die Pansade drumrum zimmern das werden wir sehen Frage hast du das ein Lagerhaus aus und eine Wärmestatistik oder Dämmestatistik? ein Lagerhaus weil verputzen kann ich es also mit Ton allerdings es zeigt mir Dämmung an aber da ist ein Strich daneben und so anscheinend nicht vorhanden vielleicht Nahrungsmittellager auch ein Strich daneben die verputzen wir wenn wir sie dann mit Stein haben also Lager 3 jeweils oder? ja das ist eine Frage ob es dann ein Stein Ding wird ja also gut ob es Stein Ding wird das kann jetzt nicht hundertprozentig sagen aber es wird auf jeden Fall noch weiterentwickelt so jetzt haben wir hier noch Mohnsam gekriegt was heißt die Scheiße? was war was? irgendjemand hat mich gerade geboxt oder so werden die Dorfbewohner auswässig? ne das war einer von euch ja dann kann es doch nur der Amber gewesen sein ich war es nicht ich habe Beweise Heuhaufen kann man machen so geil nein Butterstation ja es gibt richtig viel Deko Zeug richtig viel alles Liebling du musst sofort etwas trinken deshalb habe ich dich geheiratet hat sie mir jetzt gegeben die alte da wir sind noch zu meiner Frau super sind wir schon so weit also ich bin so weit ich auch also gut dann sagen wir schon mal Dankeschön fürs zu gucken lassen ab und like da kommentiert sehr gerne und ähm gebt in die kommentare wie unser Fischer Dörfchen nee Stelle Angelstelle was jetzt bis dahin tschüssi tschüss